Willkommen zurück zu Yarko-Kuhn 2, mitten in einem Kuh-Trainer-Kampf gegen ne Menge Viecher. Äh, ja, ich würd sagen, wir stellen erst mal ne Barriere auf, wie sich das gehört. Und da geht erstmal um Fins, okay. Dark Crash, ouch. Dark Crash und natürlich blind, wie sich das gehört. Ach, aber unsere Barriere-Krabbe entwickelt sich erstmal, das ist doch schön. Okay, Barriere-Krabbe, Mareidia. Hau mal raus. Zack, damit wir erst mal ein bisschen geschützter sind. Jetzt, muss irgendwie Luna, das Netz, zack, auja. Wenn ihr fokussieren könnt, ist er tot. Könnt ihr fokussieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö, noch so einfach. Würden wir Gegner killen und so. Häh, geht ja nicht. Dann lassen wir erstmal die Feuerseite ran. Gegner machen, Soldona. Haha, die Barriere hält. Wieder Soldona, Barriere ist down. Ja, dann kriegen wir einen Soldona direkt ab. Wird gefährlich für unseren Caster mal wieder. Ah, genüss. Auf den in der Mitte. Ja. Theoretisch können wir zwei davon killen. Schaffen wir das? Ja? Nein. Äh. Das muss ja jetzt sein. Okay, dann heilen wir lieber eine Runde. Äh, Drops Defense, Ups Attack. Oh, machen wir mal das Repair Jam raus. Repair Jam wurde benutzt. Swoosh, sag, einmal geheilt. Wir bleiben auf unserer Feuerseite und spammen die Soldonas. Blöde Viecher. Ja, okay. So, Team, dann nochmal. Angriff. Doch, der ist erledigt. Horn Attack. Und Horn Attack. Wunderbar, Spitzer kann wiedersehen. Wie du meinst. Äh, wir bleiben mal auf der Feuerseite. Oh, seine Erdseite ist leider auch schneller als unsere Feuerseite. Äh, ja. Gut, der ist tot. Und, Ulvilude. Wenn sich mal wieder alles auf unseren armen Zauberer fokussiert, will man doch noch sagen, ne? Und, Ulvilude. Aua. Stürt mir nicht weg. 86. Können wir ein bisschen Fokusfeuer hin? Nein. Und Doppeln, nein. Ah, ist trotzdem tot. Sehr gut. So gehört sich das. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall unsere eigene Erdseite, um eine Barriere aufzubauen. Im Gegenteil, wo soll jetzt die MP aus da drüben? Ulvilude, Ulvilude. Gut, dass wir genug Wiederbelebungsraum dabei haben. Marilia. Schwump. Okay. Und Ulvilude. Wahrscheinlich auf den Jet. Jo, auch den Jet. Kling. Jutz, dann sollte unsere Wasserseite auch mal dazu kommen, was zu machen. Du hast nur noch drei Viecher, Mann. Und einer davon ist oben. Ach ja, da Crash. Mach die Barriere noch nicht mal kaputt. Ich schätze mal, dass wir das nicht töten können. Tissus. Und Medinia. Und dann schauen wir mal, ob Valiluna reicht. Müsste eigentlich. Valiluna. Yukio. Tot. Wunderbar. So. Dann lassen wir die beiden das regeln. Oh, süß Attack. Ja, heute hat keine MP mehr. So. Multi. Komm schon. Auf die Lebenspunkte. Jawohl. Und Dark Attack. Natürlich nicht auf die Lebenspunkte. Tschisch. Das ist ein Problem. Oh nein. Oh, Rats. Jetzt ist es ihm aufgefallen. Der greift Kahu an. Oh, Frechheit. Transformieren wir. Ja. Sieht aus, es wollte Dark Kahu mal wieder in den finalen Schlag kriegen. Okay, Dark Kahu. Und, yep. Auf den Schild. Er siegt. GG. Hey, was machst du? Bugs auf. Bugs auf. Oh. Ich glaube, ich sollte bald wieder zurück. Solltest du. Die Dialoge baggen jedes Mal aus. Und sagen immer ganz komische Dinge, wenn Dark Kahu einen Finisher macht. Okay. Okay, äh, Level. Level up. Level up. Level up. Wunderbar. Das ist dir früher aufgefallen, Mann. Kuhmedaille gekriegt. Ah, cool. Wir haben zwei Kuhmedaillen. Ist ja cool. Was kriegen wir Schönes? Dino Dredge aufgehoben. Okay. Okay. Aber, du weißt, es wird nicht so leicht. Nächste Mal, erinnere mich das. Wenn du das sagst. Ja, da hätten wir noch einen Wassercaster. Könnten wir unsere Qualle ersetzen, wenn wir wollten. Erstmal die Kiesbauer schlucken. Und dann müssen wir Items benutzen. Zuerst mal, zack, Zeit von Powder. Belieben wir bitte unser Spitzohr wieder. Dann, bitte Mugwort. Halben wir unser Spitzohr so ein bisschen hoch. Hat da noch jemand großartig Schaden? Ja, genau. Dr. Eggman hat ordentlich was abgekriegt. So. Und dann sollten eigentlich erstmal alle wieder glücklich sein. Wunderbar. War gar kein so leichter Kampf. Und weiter geht's, würde ich sagen. Äh, joa. Wir haben jetzt die Kiesbos gerade gekriegt. Darum waren wir schon. War hier hinten noch ein Weg, den wir nicht genommen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sieht aber nicht danach aus. Dann lassen wir es mal da hinten weiter zu gehen. Und gehen hier vorne links den Weg entlang, der wahrscheinlich zur Prinzesswein führen wird. Jo. Wunderbar. Damit hätten wir diesen Abschnitt des Feuerwaldes ebenfalls hinter uns gebracht. Fire Tower, Abschnitt 3. Nächstes Gebiet. So weit, so gut. Direkt erst der Ogrewein. Mit direkt dem nächsten Inferno-Buch. Näh. Können wir auf jeden Fall spammen, falls wir in den nächsten Bosskampf reinkommen. Inferno-Buch, Inferno-Buch, Inferno-Buch. Oh. Oh. Außerdem Soldona-Caster. Feuer seid teuer, Job. Haut sie um. Mit Agnes. Schwump. Und nichts vergessen mit Burn Attack. Direkt ins Gesicht. Wenn ihr überlebt, ist es immer so besser. Dann können wir nämlich auf unsere Wasserseite noch rüber wechseln und extra nochmal heilen. Haben wir momentan nämlich auch nötig. Jetzt haupt der nochmal Soldona-Frechheit. Egal, wird eh hochgehalten. Tissues. Wollen wir die MP regenerieren bitte? Jo. Medinia. So. Sehr gut. Und Valiluna. Tod. Schon nützlich so ein einzelner Angriffszauber auf der Wasserseite. Nützlich erstmal in meinen Mark. Jo. Ein paar Werte. Und oh ja. Da läuft eine Stroke Chance rum, schätze ich. Aber wir haben sowieso Initiative. Oh. Oh. Das ist aber eine fiese Truppe hier. Okay. Machen wir mal eine Barriere hin. Schwump. Barriere. Da. Da. Und Ulviluna. Ulviluna. Sehr gut. Und Ulviluna. Ein Typ vorne, der Barrieren durchbrechen kann. Und zwei Typen dahinter, die... A-E. A-E. Zaubern. Killer Chance. Oh. Wow. Attack. Barriere ist down. Und normale Attack. Also der Typ hat jetzt schon den S-Rangangriff. Ist gut zu wissen. Ach komm schon. Hättest du doch sterben können, man. Burn Attack. Burn Attack. Lebt noch. Natürlich. Äh. Hm. Na komm. Gehen wir auf die Wasserseite rüber. Ich denke ein doppeltes Soldona werden wir überleben. Soldona. Ah okay. Mach doch noch nicht mal. Mach nur einmal Soldona. Trotzdem zwei Mal unseren Käfer angegriffen. Drecksack. Tissues. MP regenerieren. Und Medinia. HP regenerieren. Und dann Valiluna. Dump. Der Mistflücher. Wunderbar. So. Dann kann die Seite das regeln. Halti. Flitztod. Aha. Buggy hat jemanden getötet. Und ganz viel Erfahrung erhalten. Level 10. Level 17. Sehr bald wieder Mission. Äh. Noch ein Buch. Regina Buch. Klingt nützlich. Äh. Warten noch. Ein Oggy. Oggy Mac Doggy. Der Krippert tot. Denke ich. Keine Initiative. Oh. Die sind schneller als wir. Oh. Das ist aber eigentlich nicht gut. Machen nur normale Tags. Das ist nett von denen. Schnelle Orcs. Was denn hier alles gibt. Und. Dann Ulviluna. Rink. Und nochmal. Ulviluna. Boah. Ne? Feuerseite ist euer Job jetzt. Agnes. Einen davon solltet ihr doch tot kriegen. Burn Attack. Der lebt ja immer noch. Burn Attack. Ein stabiler Ogre. Burn Crash. Geht die Barriere wie zu erwarten war. Hm. Dann lassen wir doch die Erdseite nochmal ran. Varidia. Vor wir hier einen Burn Crash ins Gesicht kriegen. Ulviluna. Jawohl. Der sollte ziemlich tot sein. Der Kollege. Und nochmal Ulviluna. Oh. Jo. Noch ein paar Level Level. Das ist gut. Und da ist die nächste Urgavine. Mit. Den nächsten Drag Trainer. Was machst du hier? Du bist okay? Without a mask? Wer ist noch ein Kind? So? Er mag das aus seinem. Aber was ist mit dir? Du fühlst dich gut? Forrester? Get to you? Pff. Du kannst mir nicht sagen, dass ich mich beeinflusst. Hey. Du bist okay? Du fühlst dich gut? Nein. Ich bin einfach gut. Darnet. Ich... Was mache ich in diesem Ort? Seit wann habe ich... Hey. Hey. Wo bin ich? Wer bin ich? Darnet. Was hast du da? Was schaust du da? Probleme? Ja. Das sieht wirklich ernst aus. Hm. Ich denke, es ist so, dass ich mich zerbrochen bin oder so. Solanum aufgehoben. Und jetzt lassen wir den Typ einfach hier stehen. Cool. Was in aller Welt ist Solanum? Bestimmt für Drax oder so. Äh, Solanum. Jo. Stärke von Drax erhöht. Äh. Ja, gut. Wir ignorieren dich jetzt einfach mal hier und gehen weiter, ohne dir zu helfen. Äh. Äh. Was soll dem schon passieren mit Amnesie im Wald? Haben wir den nicht gerade erst gekillt hier, den Ork? Wir haben Initiative. Also machen wir das wohl nochmal. Nochmal bitte. Barrieren-Power. Hopp. Und Ulvi Luna drauf. Und Ulvi Luna drauf. Und nochmal Ulvi Luna drauf. Ist nicht so gut. Dann gehen wir auf unsere Feuerseite und versuchen nochmal aufzubauen. Was vom letzten Mal nicht so gut funktioniert hat. Vielleicht geht's dieses Mal ein bisschen besser. Burn Attack. Nope. Burn Attack. Critical. Schön. Aber leben immer noch beide. Hm. Ist nett von denen. Boah. Die kriegen trotzdem die Barriere down, weil die so viel Angriffskraft haben. Dann lassen wir unsere Windseite mal ran. Malti. Blitz tot. Junk Attack tot. So gut. Dum. Bum. Und... Keine Level. Oh. Was haben wir denn hier für eines? Noch ein Buch. Die Inventar muss doch voll laufen, meine Güte. Kann doch gar nicht sein. Wie viele Plätze haben wir denn noch? Abzweigungen über Abzweigungen. In der Ogre-Vine waren wir gerade. Und da ist noch eine in der Ecke. Oh. Ich hab schon eins. Und ich hab noch ein Viech davon dabei. Ein Ei. Wenn die nicht da umkrepieren würden, die Viecher. Der Forrestair muss doch mal zu diesem Idiot gekommen sein. Was war das? Du machst mich vor mir? Du gehst dein eigenes Stück, du. Dann bin mir dein Stück nicht auf die Nase. Bitte gekriegt. Was ist das mit dem Schraubchen? Hey Guy, solltest du nicht nach Hause kommen? Und ihre Feen sind gut. Schlimm und straight. Ich liebe sie. Du musst wirklich zurück in den Tempel gehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, wirklich. Du hast Probleme, Mann. Ernste Probleme. Außerdem Keys, Boss. Dann würde ich sagen, erhöhen wir erstmal die Stärke unseres Kuhs. Battle. Viel Spaß mit mehr Wisdom. Ah, immerhin plus zwei. Könnt mir Schlimmeres vorstellen, würde ich sagen. Gut. Dann nix wie raus hier. Mhm. Was haben wir hier vorne für eines? Ein Q-Jam. Uhu. Also wir haben die Keys, Boss. Das heißt, wir können auf jeden Fall ins letzte Gebiet weitergehen, sobald wir vorne alles erkundet haben. Äh, auch ein Goading Book. Mhm. Davon haben wir jetzt auch schon einige gekriegt. Da ist noch ein AE-Zauberer-Team. Die sind ja nicht ganz so kritisch. Da muss nur unsere Feuerseite rauskommen und mal eben schnell aufräumen. Agnes. Und Burn Attack. Und Burn Attack. Oh. Burn Attack. Okay, dann kann die Wasserseite mal kurz windern in Aktion drehen. Wir kriegen aber so eine Tonabendung, wir werden sowieso sofort hochgeheilt. Dann können wir dann wie ein bisschen MP regenerieren. Das ist eine gute Sache. Tissues. MP recken. Schwupp. Und Medinia. Überall mal den bisschen Schaden, den wir haben, wieder wegheilen. So. Und dann Valiluna drauf. Nuke. Und noch neun Schaden. Okay. Kann unsere Windseite regeln, würde ich sagen. Vielleicht auch Dark Cow. Mal gucken, ob er mitmacht. Nein. Kein Dark Cow heute. Mighty. Und Dark Attack. Gut. Critical. Bisschen übertrieben schon. Aber es läuft. Okay. Level up. Level up. Das ist soweit so gut. Dann hätten wir da vorne noch ein Orc-Team. Außerdem ein Steel Wall Book. Mhm. Noch mehr Books erstmal. Gucken, ob wir Initiative kriegen können. Jo. Wir haben Initiative. Das ist immer gut. Da können wir erstmal in Ruhe eine Barriere wieder aufstellen gegen die Viecher. Und dann gucken, dass wir sie nicht töten. Ulviluna. Jupp. Und ein Elf. Und nochmal. Ulviluna. Niemals fokussiert. Okay. Feuerseite. Haut sie alle um. Agnes. Aha. Und... Burn Attack. Critical. Burn Attack. Kein Critical. Aber das ist eine gute Voraussetzung. Da können wir nämlich jetzt auf die Wasserseite wechseln. Und da wird Waliluna definitiv nachher den finalen Schlag setzen können. Also Tissus. Haben wir wieder die MP-Regen. Und Medinia. Bump. Heilung hoch. Waliluna. Und nicht oben. Jupp. 109 Schaden. Das war's. Da freut sich der Kahu. Wieder mal Erfahrungspunkt. Aber keine Level dazu. Ist immer traurig, keine Level zu kriegen. Äh. Da schläft jemand. Haben wir Initiative gegen schlafende Gegners? Nö. Nö haben wir nicht. Ich weiß doch nicht wie viele in aller Welt die dann jetzt im Kampf nicht schlafen. Oder wir keine Initiative haben. Aber... Schon okay. Wenn das Spiel meint. Wir haben jetzt schon genügend von den Oktrom hier besiegt, dass die eigentlich kein großes Problem sein sollen. Oh. Oh. Was war das denn? Habt ihr einfach eure Angriffe fokussiert? Wann hier alles geht. Zack. Tschüss Barriere. Hach. Die haben so viel Angriff. Komm. Unser Dr. Eggman muss da mal was Gegensätze. Agnes. Hm. Voll auf den Falschen. Kann einer bitte den Rechtsangreifen? Ja. Schön. Und Burn Attack. Fast erledigt. Und Crash. Hm. Das ist wieder ein Job für die Wasserseite. Tissues. Und Medina. Und zu guter Letzt war die Luna. Wieder mal. 109 Schaden. Sehr gut. Probleme gelöst. Und es kann weitergehen in dieser Ogre Vine. Mit einem Infernebuch. Na das ist ja mal wieder eine Abwechslung hier. Vorne war noch eine Abzweigung oder? Ja. Hier war noch eine Abzweigung. Vorne gibt es noch einen Stroke Chancer. Meine Güte ist aber nicht los. Wer hätte es gedacht? Noch mehr Orgs. Wir haben aber wieder Initiative. Also. Varidia. Der Schlachtplan funktioniert schließlich gut. Also. Sollten wir den weiter so aufrechterhalten, wie er bis jetzt läuft. Ulvi Luna drauf. Und Ulvi Luna drauf. Blitz. Und dann. Agnes. Burn Attack. Und Burn Attack. Anwalt langsam. Er macht normale. Zack. Dann geht die Wasserseite wieder in Aktion. Wobei ich glaube nicht, dass die Wasserseite es schafft, ihn umzunähten. Pilreggen. Melinia. Und schauen wir mal, ob Bariluna stark genug ist für den restlichen HP-Wert er nur noch hat. Oder macht irgendwie über 100 Schaden. Scheint recht effektiv zu sein. Nope. Minimale Werte verbleiben. Ein HP. Ja. War so klar. Aber die Barriere steht ja noch. Was soll's. So. Mighty. Wie sieht's aus? Willst du tot blitzen? Pst. Zap. So gehört sich das. Keine Levels. Aber eine Ogre Vine. Oh. Karma. Kuh-Karma. Der erste drei Wort Karma. Hilfe. Jetzt geht's aber los hier. Also den Zauber in dem Wald haben wir schon gekriegt. Mal gucken, was er ist. Paradrager. Ach so. Banger. Ehe ist er. Wenn man wahrscheinlich Soldona lernt oder sowas. Ulvi Luna. Wenn wir unbedingt Soldona mal verwenden wollen. Ulvi Luna. Aber ich bin jetzt kein so großer Freund von vor allem, weil es unglaublich viele MP kostet. Jupp. Soldona. In die Barriere rein. Die Barriere hält's? Hehehe. So. Feuerteam macht den Tod. Soldona. Ja. Wird uns immer noch nicht erreichen. Barriere ist jetzt allerdings down. Also Landteam. Agnes. Und Barattacks. Schwump. Vernichtung. Außerdem ein weiterer Kokon für die Sammlung. Das ist gut. Der läuft doch. Oh. Gute Erfahrung gesammelt. Stufe 19 für Buggy. Paradrager Kokon aufgehoben. Dann gucken wir mal, dass wir den da vorne geflüsslich ignorieren. Und noch ein Infernebuch mitnehmen. Also ein Infernebücher. Was möchte man mehr? Äh. Ja. Ogrewein. Lass mich raten. Infernebuch. Mhm. Also was. Unglaublich überraschend. Dreh dich um, Mann. Wenn ich schon in den Kampf gegen mich trete, dann zumindest mit den Initiativen. War doch klar, dass die wieder mit ihren Soldonafiechern hier auftauchen. Ja, dann lassen wir erst mal die Feuerseite rein und gucken erstmal, dass wir so viele davon umbringen. Wie möglich. Weil die ziemlich nervig sein können hier. Jo. Also schon mal gut. So, dann bauen wir jetzt eine Barriere. Okay, brauchen wir gar nicht. Schon gut. Alles im hellgrünen Bereich. Die beiden haben Attack benutzt und nicht mal Soldona versucht. Ulviluna. Mal gucken, ob wir den Typen dann links da hinkriegen. Sieht gut aus. Jo. Und dann Ulviluna auf den anderen Typen. Dann kann die Wasserseite auch nochmal ran an die Arbeit. Wasserseite. Ihr bringt es bitte zu Ende. Och, Soldona in die Barriere rein. Das ist sogar nett. Plonk. Also, wieder mal Tissues. MP-Regel. Zack. Wieder hochgeheilt. Medinia. Das eine Fisch, das Schaden genommen hat, wieder geheilt. Und Valilunas müsste ihn eigentlich umbringen. Die Fisch haben ja nicht so viele HP. Jupp. 110. GG. Level Up. Stufe 9 für die Qualle. Das ist gut. Äh, ist hier irgendwo. Ja. Da ist die nächste Ogre Vine. Ein Ork-Ei. Okay. Wenn schon eins da ist, nehmen wir es mit, ne? Aber erst mal Barrieren bauen. Baridia. Ich hoffe, wir kriegen einen von denen mit unseren Zaubern tot. Drei Orks, da stehen es da. Aber das ist nämlich schon ziemlich gefährlich, würde ich mal so sagen. Ja, wir kriegen keinen Tod. Selbst wenn die fokussiert, kriegen wir keinen Tod. Die fokussieren dann auch nicht mal. Den kleinen kriegen wir auch nicht tot. Oh, die sind ganz schön stark, die Viecher. Gucken wir, was wir machen. Attack. Das ist gut. Attack. Oh, die Barriere down. Und der letzte macht Attack. Ha. Okay. Äh. Hm. Da muss man die Feuerseite ran. Magnus. Ach, jetzt geht doch nicht auf den in der Mitte, Mann. Könnt ihr den Schaden vielleicht noch ein bisschen mehr verteilen? Ah. Das ist ja widerlich. Was macht ihr denn da, Leute? Okay, jetzt kriegen wir eine volle Breitseite ab. Burn Crash. Burn Crash. Burn Shot. Okay, die Feuerseite bleibt bitte drin. Magnus. Agnes. Die ist ja immer noch nicht tot. Leute, was macht ihr denn? So, den sind wir los. Den sind wir los. Jetzt wird's angenehmer hier. Burn Crash. Hei, 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 hei. Okay, Wasserseite. Euer Job. Tissues. Vor allen Dingen heilen. Virginia. So, und Valiluna drauf. Jupp, fast tot. Ich hoffe, der One hittet jetzt nicht Buggy. Ne, sehr gut. So muss das sein. So, dann töten wir den jetzt einfach. Dann benutzen wir mal einen Makoad. Multi. Tot. Tiss. Habe jetzt nicht unbedingt mitgerechnet. Blablab. Dass die Typen hier so stark werden. Und ein gesticknormales Luschei aufgehoben. Die man auch überall im Laden kriegt. So. Dr. Dragman, du kriegst ein Twill Mugwort. Dann sind erstmal wieder alle zufrieden, denke ich. Okay. Soweit, sehr gut. Ist jetzt irgendwo mal die Prinzesswein in Sichtweite. Ja, da ist die Prinzesswein. Aber erstmal noch ein Mob. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir alle Nebengänge hier in dem Waldabstück genommen haben. Okay. Wir brauchen erst die Feuerseite. Das ist nämlich wieder die Zauberatruppe. Oh, die sind immer noch schneller als wir. Ha. Das ist das erste Mal, dass sie schneller sind als wir. Aber die benutzen zum Glück keine Soldona. Also dann. Agniss. Schwump. 109. Burn Attack. Und Burn Attack. Soweit, so gut. Prinzesswein in Sichtweite. Aber ich guck mal gerade eben schnell, ob wir die ganzen Seiten mal hier vorne tatsächlich genommen haben. Äh. Sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Ich mein, groß genug war der Wald, ja. Möcht mal meinen, dass wir alle Seitenarme mitgenommen haben. Äh. 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 Ja. Ja. Doch. Haben wir. Okay. Dann gehen wir zurück zur Prinzesswein. Und wir geben uns in den letzten Abschnitt des Waldes, würde ich sagen. Tup, 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 tup. Der Bossabschnitt von Wald 4. Teleport. Fire Tower 4. Go ahead. Schauen wir mal, was hier passiert. Wir scheinen endlich ein Ziel erreicht zu haben. Denn das ist kein durchschnittlicher Wald, den wir hier gerade erreicht haben. Hey, oh man, how long are you going to make me wait? He's not coming. I'm not making you wait. It is the orb. It is there. That means that I won, right? Hmm. Abschnitt. Huh? Kommst du an den orb dran? Da ist er zwar, aber kommst du dran. The orb chooses people. It shines not on the unworthy. Now, stay there. Huh? Not again. Don't mess with me. I've won, right? I'm strong. I got strong Jews. I can even see the orb. Oh, ho, 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 ho. But it does not shine at all. Right. Why not? Du bist es nicht wert. Oh, jetzt scheint er. Hey, look. It's shining, see? Ha, 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 ha. How about that? Hallo. Ich bin da. Oh, you're so slow. I can't believe it. You're so dense. Was ist passiert? Was ist passiert? Frau, es war nicht du, für wen den Orb wartet. Warum nicht? Warum nicht mich? Was ist passiert mit mir? Dreckig! Ich akzeptiere das nicht. Ich werde nie akzeptieren. Ich werde nie akzeptieren. Du kannst mich nicht treffen. Ich zeige dir. Wie du willst lernen. Also es wird Zeit für einen finalen Showdown. Mit einem nicht ganz schwach aussehenden Team. Ich werde nie akzeptieren. Ja, ich habe es mitgekriegt. Dankeschön. Sein Team ist genauso groß wie unseres. Aber seins scheint deutlich stärker entwickelt zu sein als unseres. Ob wir eine Chance dagegen haben. Ob er uns einfach niedermetzeln wird. Dieses Mal mit seinen fetten Muskelviechern. Das erfahren wir leider erst beim nächsten Mal. Wir starteten diesen Kampf. Wir starteten diese Folge in einem Kampf. Wir melden sie wieder in einem Kampf, wie es aussieht. Also dann. Bis zum nächsten Mal. See ya! Bis zum nächsten Mal.